Eine Spezialität, die es wieder kaum in anderen Städten gibt. In Düsseldorf kenne ich das noch. Es ist ein doppelspuriger Kreisverkehr. Den gibt es fast in jeder Stadt. Aber hier gibt es eben noch die Spezialität. Die Kenner wissen, was kommt. Es ist der Kasslerfelder Kreisel und den wollen wir jetzt mal zusammen befahren. Ich bleibe in dieser Spur, kriege da vorne wieder gesagt, wie bei jedem anderen Kreisverkehr, Vorfahrt gewähren. Ich muss nach links schauen, da ist gerade niemand, also fahre ich hier rein. Und jetzt kommt die Spezialität. Hier ist Vorfahrt gewähren, aber eben nur für die Straßenbahn. Das ist der Kasslerfelder Kreisel. Ich bleibe jetzt mal für euch ein bisschen hier im Kreis drin. Nach rechts schauen, ob die Straßenbahn kommt. Und hier müsst ihr in der Prüfung den Schulterblick machen. Und im Leben. Denn von links können halt eine 200 Tonnen Straßenbahn eben einfach durchfahren. Sie fährt sehr langsam. Trotzdem fährt sie. Und sie hat einen viel längeren Bremsweg als wir. Dementsprechend müssen wir uns kümmern. Auch hier in dem Bereich wieder Schulterblick nach links. Sich vergewissern. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich es euch auch live zeigen, dass sie durchfährt. Sie muss jetzt hier nur noch ein bisschen im Kreisverkehr bleiben. Und Schulterblick nach links. Und weiterfahren. Mit der Sonne ist es auch besonders schwierig, da auch noch vernünftig was zu erkennen. So. Und wie ihr jetzt seht, da ist die Straßenbahn. Und dementsprechend muss ich jetzt hier Vorfahrt gewähren. So. Wunderbar. Jetzt kamen sie von der rechten Seite. Dann darf ich auch wieder weiterfahren. Das mache ich für euch mal ein bisschen zügiger. Wunderbar. Jetzt kommen sie von beiden Seiten. Und habe ich jetzt nicht vernünftig geguckt, könnte ich jetzt hier eingekeilt zwischen zwei Straßenbahnen sein. So. Wunderbares Beispiel. Besser kannst du den Fahrlehrer gar nicht laufen. Jetzt verlasse ich den Kreisverkehr wieder mit Schulterblick. So. Auch hier nochmal Schulterblick. Und dann, weil mir die Stimme gerade weg bleibt, verabschiede ich mich und zeige euch nachher noch eine andere Sequenz. Viel Spaß beim Nachfahren und beim Schulterblick für die Straßenbahn.